Wir gehen davon aus, dass für Photovoltaik im Wohngebäudebereich ein großes Marktwachstum bevorsteht. Die Systemkosten sind rapide gesunken, die Integration in Gebäude ist wesentlich einfacher geworden, sodass wir davon ausgehen, dass sich die Integration von Photovoltaik zum Standard bei Renovierung und Neubauten entwickeln wird. Ich würde mir wünschen, dass wir in vielen unserer AWO-Einrichtungen, Häusern, Angeboten Photovoltaik integrieren, als zukunftsfähige, erneuerbare Energie, zukunftsfähige Technologie, um einen starken Beitrag zu leisten zur Energiewende. Wir brauchen einen Profi, einen innovativen Technologie-Profi an unserer Seite, damit wir so innovative Dinge auch in unserem Wohlfahrtsverband erfolgreich umsetzen können. Für uns, wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen, für uns einen verlässlichen, konstanten Partner zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Klimaschutz, saubere, bezahlbare Energie und Generationengerechtigkeit. Die Gründungsvision von der AUXVOLA ist ganz klar, den CO2-Ausstoß im Gebäudesektor zu senken. Deswegen machen wir das tagtäglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017